Die Kinderbüro Basel ist eine Anlaufstelle für Kinder und für Kinderanleger und setzt sich dafür ein, dass die Kinder ihre Rechte kennen. Es setzt sich aber auch dafür ein, dass die Kinder dort ernst genug warten und mitreden können, ihre Beteiligungsrechte und umgesetzt werden im Alltag der Kinder, die betroffen sind von Entscheidungen. Wir begleiten Projektprozesse, in denen die Kinder mitreden sollen. Wir helfen aber auch, das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, den erwachsenen Menschen auf die Augenhöhe mit den Kindern zu gehen und sie ernst zu nehmen. Das ist der zweite Teil des Kinderrechts. Kinder haben ein Recht darauf, mitzureden und sie haben ein Recht darauf, ernst zu werden. Das Kinderbüro Basel arbeitet sehr vernetzt. Wir arbeiten mit ganz vielen Leuten zusammen. Also in jedem Projekt schauen, dass möglichst alle, die beteiligt sind, mit dabei sind, mit am Boot sind und eben auch unter anderem auch die Kinder. Das sind Leute aus den Abteilungen der Verwaltung, das sind aber auch Politikerinnen und Politiker. Das sind Fachpersonen aus anderen Institutionen, andere Organisationen im Bereich der offenen Kinderjugendarbeit, Schullehrer als Partner. Also wir arbeiten sehr vernetzt und immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Das Kinderbüro Basel setzt sich dafür ein, dass Kinder mitbestimmen können und mit Teil sein von Entscheidungen, die ihr Leben betreffen. Unsere Arbeit ist vollumfänglich auf das ausgerichtet. Einerseits die Kinder ganz wirklich aktiv mitzunehmen in solche Entscheidungsprozesse, aber auch Grundlagen zu schaffen, Strukturen zu schaffen. Gegenüber meistens die Erwachsenen bereit zu machen, Kinder als mitbestimmende, mitentscheidende in solchen Prozessen auch in den Ernst zu nehmen. Also es ist, wie gesagt, ein Teil sind Projekte, die wir mit den Kindern machen, wo wir wirklich aktiv Kinder mit einbeziehen in den Projektprozess hinein. Aber auch die Weiterbildung von erwachsenen Personen, auf die Augenhöhe mit den Kindern zu gehen. Weil Mitbestimmung oder Partizipation ist eigentlich Erfolg der Haltung. Wie bereit bin ich, auf die Augenhöhe mit den Kindern zu gehen, Kinder als gleichwertige Projektprozesspartner ernst zu nehmen. Also die Leute, die überhaupt gar keine Sensibilisierung auf dieses Thema haben, bringe ich immer wieder das Beispiel, wirklich aus einem Leitfaden auf Augenhöhe 1,20 Meter. Gehen Sie doch mal ins Knie und stellen Sie mal eine komplexe Kreuzung an und schauen Sie die Kreuzung mal an und überlegen sich, wie das ist, wenn Sie nicht übers Autodach rüber schauen können und sehen, kommt jetzt hier hinten ein Auto oder nicht. Also dass man wirklich ganz konkret versucht, die Leute auf der Höhe, also wirklich auf der Augenhöhe, runterzusetzen. Das versteht jeder. Das ist das eine und das andere ist sicher auch die Leute mitzunehmen und sie einfach ermutigen und sagen, die Kinder, die können das. Es ist immer eine Frage der Methoden. Kinder können etwas dazu sagen, was sie für Bedürfnisse haben und was sie für Anliegen haben an ihr Umfeld. Es ist eine Frage der Methodik. Es ist eine Frage, wie geht man auf die Kinder zu. Für das braucht es halt allenfalls, kommen wir halt auch ins Spiel, wo wir die Methoden halt anpassen. Also eine grosse schriftliche Befragung mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen ist, wenn ich aber für Erwachsene oft eine Herausforderung, für Kinder ganz bestimmt das geht nicht, aber auch, dass ich keine guten Daten bekomme. Das heisst, es gibt genug andere Methoden, Kinder mitzunehmen. Also wieso, dass man das machen soll, ist ganz klar. Es gibt eine UN-Kinderrechtskonvention, die die Schweiz auch verpflichtet dazu. Also die Schweiz hat die Konvention unterzeichnet und mit der Unterzeichnung sich auch auf die Fahne geschrieben oder die Aufgabe mitgenommen, die Kinderrechte in den Gesetzen und in den Grundlagen zu verankern. Das ist nicht eine Frage, wann wir das machen wollen, sondern es ist eigentlich nur noch die Frage, wie machen wir es. Das ist sicher ganz grundlegend am Anfang. Also der Mehrwert ist natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hier. Einerseits, dass Kinder lernen, eben in so einem Prozess zu lernen, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse, was sind unsere Bedürfnisse, wo wollen wir zusammen auch hangehen. Und dann nicht nur Kinder unter sich, sondern auch mit den anderen Menschen, also mit den Erwachsenen, nicht nur mit den Planenden, einfach alle anderen Menschen aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft. Und der Mehrwert ist sicher der, dass sich ein Kind erkennt als Teil der Gemeinschaft. Und das stärkt natürlich die Gemeinschaft, das stärkt eine Gemeinde, ein Kanton, ein Land, wenn man Kinder auch binden kann und sie ernst nehmen kann und sagen, hey du bist wichtig, du bist ein Teil dieser Gesellschaft. Teil davon zu sein muss aber auch gelernt werden. Also man muss auch lernen sich einzubringen. nicht nur von der politischen Beteiligung, also im 80. kann man abstimmen, ja oder nein, sondern wirklich ein Engagement in der Gesellschaft, sich einbringen in die Gestaltung der Gesellschaft. Und das kann man ja in der Schweiz sehr wohl, auch wenn man nicht Staatsbürgerschaft hat. Und das muss gelernt werden. Es ist ganz wichtig, dass man eben Mitwirkungsverfahren oder Prozesse und Projekte mit den Kindern nicht, also nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen nicht, Schublädchen oder das Fensterchen aufmacht von Wünschen und wir können alle deine Wünsche erfüllen, sondern es geht wirklich auch darum, dass Kinder lernen, dass sie echt ein Teil sind von einer Entscheidungsfindung. Genauso wie die Erwachsenen auch und die möglichst viele. Je früher man das gemeinsam auf den Weg geht, desto einfacher sind auch die Entscheide anzunehmen. Also auch ein Nein, es ist absolut okay, wenn man in einem Rahmen von einem Prozess dazu kommt, dass man sagt, das können wir nicht umsetzen. Und dann gibt es irgendwelche guten Gründe. Wichtig ist einfach, dass man das kommuniziert und das müssen Kinder auch lernen. Das gehört dazu. Es ist eigentlich die politische Bildung, die wir im weiteren Sinn ja auch machen mit den Kindern. Das gehört dazu. Das Leben oder die Gesellschaften, eben auch die Demokratie existiert, also funktioniert nicht nur, ich wünsche und die anderen setzen es um, sondern das wird auch ausgehandelt. Und dieser Aushandlungsprozess, der muss fair sein und muss gut begleitet werden. Und der muss auch vielseitig sein. Es ist nicht das Ziel, dass alle rechts oder links denken. Das Ziel ist, und das ist ja ein Schöner, das die Schweiz hat, dass man eben gemeinsam nach Lösungen sucht und verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Meinungen zusammenbringt und nach gemeinsamen Lösungen sucht. Und möglichst halt sich im Kompromiss oder im Konsens in der Mitte noch immer finden, den besten von. Okay. Okay. Uh! Alright,arsi rein.